Mein Entwurf für Sonnenviertel ist unter dem letzten Zweig. Du haust sie alle weg. Noch kann von allem nicht die Rede sein. Aber wenn ich den Auftrag krieg, ist das nächste Jahr finanziell gesichert. Da kannst du mal schauen, ob ich da was hab. Sehstörungen, Spindel, Muskelschwäche, das sind alles typische Symptome von MS. Bei Multiple Sklerose ist eine genaue Prognose unmöglich. Ich hab einen Fulltime-Job, ich hab einen kleinen Sohn, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ganz genau kann ich Ihnen das nicht sagen. Du, du, du kriegst das schon wieder hin. MS kriegt man nicht wieder hin, Otto. MS geht nicht vorbei. Er sagt, dass seine Mama im Sterben liegt. Ich sterbe bald. Ich bin grad nicht glücklich und ich bin krank. Zufrieden? Vielleicht wollte ich ja mal nicht über deine scheiß Krankheit reden. Vielleicht hätte ich dich gebraucht. Du hast jahrelang deine Kunst gemacht, während sie sich krankgeschuftet hat. Wir sollten dann alles weitergehen. Aber wenn sie jetzt manchmal müde ist oder ihr es mal nicht gut geht, dann ist das nicht, weil sie dich weniger lieb hat. Verstehst du? Soll ich dich drücken? Ja, dann kann er einen so gut drücken wie du. Versuchen Sie, das Leben zu genießen. Man kann eh nichts vorhersehen. Ja, leben Sie in der Gegenwart. Und nehmen Sie Geschwindigkeit raus. Es ist trotzdem immer noch alles da. Ja, das ist das Wichtige. Dass das da ist für uns zwei. Ich weiß, es kann wieder ein nächster Schub kommen. Aber jetzt gerade ist doch gut, oder? Ja, jetzt ist es gut. Und... Vielen Dank.